Hallo liebe Rezipienten des Barto-Kanals. Mich kennt ihr, ich bin der Barto. Hinter mir, das bin ich auch, aber nicht nur ich, sondern die Nora ist mit mir dabei. Ihr werdet gleich erfahren, wer das ist. Aber das Ganze, was ihr hinter mir seht, ist neu. Das ist unser neues Format Küchenpsychologen oder Küchenpsychologie. Und das Spannende ist, ihr werdet es nur heute hier im Barto-Kanal sehen. Ansonsten ist es nämlich so, dass mein Team und ich aus meinem Dayjob einen YouTube-Kanal aufbauen, Institut Barto-Check. Und da werden wir eben dieses Format Küchenpsychologen häufiger machen. Ich packe euch hier unten natürlich rein, wo ihr drauf klicken müsst, um da hinzukommen. Folgt also Institut Barto-Check und ihr kennt die ganze Sachen mit der Glocke und dem Abonnieren und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir mal rein, was Nora zu erzählen hat. Viel Spaß und folgt und abonniert und Glück auf. Hallo Nora, herzlich willkommen in unserer Küche zur Küchenpsychologie. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist hier Premiere. Das Schöne an der Premiere ist ja, egal wie schlecht wir sind, der Zuschauer hat keinen Vergleichsrahmen, sondern hat das gute Gefühl, boah, es ist ja was richtig Cooles. Schwer wird es erst nach ein paar Folgen. Ich bin sehr beruhigt, dass ich die Erste zu sein darf. Genau. Du bist ja die Erste und Küchenpsychologin wollen wir das ja hier nennen oder Küchenpsychologie. Und du bist ja Psychologin. Genau. Und so wie ich gehört habe, ein guter Freund von dir arbeitet ja für mich, der sagte mir, du wohnst derzeit in Berlin und du bietest so psychologische Beratung an und kommst aber nicht aus Berlin. Nein. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen. Wer bist du, was machst du und wieso bist du in Berlin? Warum wohnt man zwar nicht da? Ja, wieso wohnt man? Das ist eine gute Frage. Also ich bin auch sehr konträr aufgewachsen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main, wirklich aus einem ganz kleinen Dorf und hatte so eine richtige Dorfkindheit. Und bin dann nach dem Abitur, war ich noch mal kurz im Auswand und mein eigentlicher Wunsch war Medizin zu studieren. Aber sagst du, du hast jetzt nicht in Frankfurt gewohnt, sondern wirklich dann in diesem… So richtig, da habe ich. Richtig karpf. Okay. 45 ging ich weg von Frankfurt. Aber noch ein Stück. Ja, ich sage immer nur Frankfurt, weil anders, was ich komme sonst, wüsste so nicht, wo ich herkomme. Und genau, also irgendwie da wohnten noch 300 Leute, genau so bin ich aufgewachsen. Okay. Und wusste dann aber auch, nach dem Abi will ich studieren und hatte versucht, in ein Medizinstudium reinzukommen. Und das ist ja bekanntlich nicht so einfach und hatte zwar auch einen Einser-Schnitt. Was wolltest du machen in Medizin? Oder Medizin erstmal einfach machen und gucken, wo es hinführt? Also ich glaube, ich habe in meiner Jugend ziemlich viel so amerikanische Krimiserien geguckt. Und da gab es immer coole Gerichtsmedizinerinnen. Ja. Und ich wollte Gerichtsmedizinerin werden. Hier, wie heißt du denn? Bones? Das ist wirklich aus, wenn wir Gerichtsmedizinerinnen sind. Genau, also Bones ist es sehr lustig, dass du es sagst. Es ist meine absolute Lieblingsserie, die ich so immer mal wieder gucke und bestimmt schon zehnmal angeschaut habe. Aber so Sachen wie es hier ist, ein Miami und so Sachen. Und ich glaube, dann kam diese Idee, ich will auch Gerichtsmedizinerin lernen. Heute bin ich total froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil, ja, ich glaube, den ganzen Tag irgendwo in der Gerichtsmedizin zu sein, vom Tod umgeben ist, weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, heute froh, dass ich das nicht mache. Boah, ich glaube, es ist doch kalt. Es ist wahrscheinlich kalt. Also wahrscheinlich erkältet man sich da voll. Ich bin ja, nein, ich bin eher so ein Fisopin. Ich kann Kälte überhaupt nicht haben. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da, boah, nee, da kannst du ja, nee, da würde ja erfrieren. Und 30 Grad willst du, glaube ich, auch nicht haben von der Gerichtsmedizin. Und dann hast du dich aber, warum entschlossen, nicht Medizin zu tun, weil du nicht reingekommen bist? Ich habe keinen Platz bekommen. Ich habe es dann in Österreich probiert und habe den Mediziner-Test geschrieben und habe dann gesagt, komm, ich fange mal an, Biologie zu studieren. Weil Biologie, Naturwissenschaften. Ja. Und bin damals nach Nürnberg gezogen mit meinem damaligen Partner und habe dann ein Semester Biologie studiert. Mhm. Und bin dann... Warum bin ich an der Heinrich-Heine? Wo? Wo ich den Frank findet? Ähm, ich wollte nicht nach Frankfurt. Okay. Und ich glaube, mein damaliger Freund ist auch nach Nürnberg gezogen und dann, ähm, ja, wollte ich einfach... Und ich merke gerade, dass ich übrigens dann erzählt habe, die Heinrich-Heine ist in Düsseldorf. Aha. Und in, wer ist denn die in Frankfurt? Das ist doch die Goethe, die Goethe-Heine. Also, das hat... Ich habe mich gerade... An der Heinrich-Heine habe ich nämlich mit Fünfungsgefunkniss und das mal eben so... Nee, ich habe das jetzt echt komplett... Das hast du jetzt verwechselt. Ja, schaust. Okay, aber da wolltest du nichts und hast gesagt, welch aus Hessen? Ja, aber ich glaube, jetzt wo du es sagst, ich habe mich damals auch da bewirken. Und dann bin ich aber mit nach Nürnberg und es war damals in Erlangen, war die Uni und habe da angefangen. Ja. Und dann habe ich nach einem Semester, habe ich mich parallel noch mal für Zahnmedizin beworben. Also, das haben damals ganz viele Menschen gemacht, die eigentlich ein Vaccin studieren wollten, dass sie gesagt haben, man macht irgendwelche... Und doch noch... Genau, Umwege, es wäre ein Schnitt. Und dann habe ich dann... Ich glaube, wenn du die Kaffeemaschine auch... Ich glaube, die wird jetzt doch sehr laut für unseren Zuschauer. Ich merke, dass du einen Kaffee... Wenn du so... So jetzt nicht, dass ich danach... Also, schon, ja. Ich glaube, ich glaube, wir sind hier noch nicht so ganz gut versorgt. Wir haben noch keine Milch hier, aber das wird. Ich glaube, das wird. Ab Folge Fünf. Genau, vielen lieben Dank. Ja, und dann werden wir ja reich. Dann kriegen wir ja die ganz fetten Patreon-Einnahmen. Und dann... Wo ist ein Milchtanker aus dem Sauerland? Eine Milchkuh für den Kaffee. Wie geil, dass hier so eine Milchkuh auf dem Balkon... Auf dem Balkon, ja. Hast du schon mal gemolten? Nee, habe ich noch nicht. Also, nicht jedes Dorfkind hat schon mal gemolten. Ich bin kein Dorfkind und ich habe gemolten, weil mein Onkel in Polen von meinem... Nee, von meinem Onkel, der Bruder, also mein... Also, der Bruder von meinem Onkel halt. Der hatte oder hat im Polen einen Bauernhof und ich war da in den frühen 90ern. Ja, und was ist denn? Ja, frühen 90er. Und das war halt wirklich noch so Klischee-Bauernhof, wie man sich das im Slawischen vorstellt. Und Klo auch draußen, da hatte ich nach so Fall Angst. Dann sollte ich einen Eimer machen. Ja, auf jeden Fall, da habe ich... Die hatten auch eine Kuh, die hatten auch ein Schwein. Hast du schon mal so ein Schwein in echt gesehen? Ja, klar. Ah, okay. Das sind ja Riesenmoppels. Ja. So, ne? Und dann war da halt auch so eine Kuh. Und dann sagte die Frau des Bruders meines Onkels, dass ich doch diese Kuh mal melken könnte. Und das hat alles sehr amüsiert. Weil ich halt... Also, man muss ja wohl richtig da dran ziehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Und ich habe halt einfach so gedrückt und dann passiert genau gar nichts. Aber okay, du bist dann in Nürnberg gelandet mit deinem Lebenspartner-Gefährten. Genau. Und hast dann Bio angefangen. Genau, ich habe Biologie angefangen, habe das ein Semester gemacht und habe dann... Also, das war mir von Anfang an klar, dass das nur so eine kleine Zwischenstation ist. Und das hätte ich mir auch anrechnen lassen können. Deshalb habe ich das damals gemacht. Genau, und dann habe ich mich für Zahnmedizin beworben. Okay. Weil ich mir dachte, oder weil ich wusste, bei Zahnmedizin habe ich eine Chance, reinzukommen. Und dann eventuell die Chance, einen Quereinstieg zu machen oder zu wechseln. Genau, und dann habe ich nach dem einen Semester Biologie gewechselt zur Zahnmedizin und habe das auch ein Semester gemacht. Okay. Und es war damals sehr spannend, weil ich hatte eine sehr coole Gruppe von anderen Mitstudierenden und hatte da eine sehr schöne Zeit. Bin damals aber durch die letzte Prüfung im Semester durchgefallen und hätte das ganze Semester nochmal machen müssen. Okay. Und damals wurde mir irgendwie klar, dass das vielleicht gar nicht so das Richtige ist. Ja. Und bin dann irgendwie durch Zufall auf Psychologie gekommen. Ich kann das heute aus dem Blick... Kanntest du Psychologie davor gar nicht? Ich kannte Psychologie natürlich davor, aber mir war nicht bewusst, dass mich das so interessieren könnte. Okay. Also ich war, glaube ich, sehr fixiert auf Medizin, Medizin und dadurch sehr beengt in der Wahrnehmung von dem, was ich eigentlich machen will. Genau. Ich finde, Zahnmedizin, Gynäkologie und Proktologie sind echt die ekligsten Zahnarten, die ich mir vorstellen kann. Ich glaube, da siehst du so viel Dermatologie ist aufübel. Ja. Also dieses Dermat-Rasselblättern haben wir im Studium dann gemacht. Okay, und dann bist du zu Psychologie gekommen, mit welcher Idee? Also hast du schon so gedacht, so, ich will die klinische, ich will in die Biopsych oder so. Oder hast du gesagt, ja, ich finde den Menschen spannend. Und Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Verstehen, Erleben und Vorhersage des Menschen. Und hast gesagt, dann mache ich das. Ich glaube, ich bin da rein mit dem Ziel, Psychotherapeutin zu werden. Aber ich glaube, weil viele Menschen dieses Ziel haben, ist so mein Gefühl. Also es sagen nämlich auch viele im Studium von, das würden sie gerne machen. Und wusste aber letzten Endes gar nicht so genau, wie dieses Studium aufgebaut ist, was da auf mich zukommt. Und ich habe mir, glaube ich, was anderes vorgestellt. Ich dachte, wir würden im Studium mehr darüber lernen, wie soll ich das sagen? Mit den Menschen zu reden. Genau, mit den Menschen zu reden. Irgendwelche Techniken zu lernen. Oder auch mehr über die Psyche zu lernen, mehr über mich selbst zu lernen. Und dann kommt die erste Statistik. Und dann findet man heraus, dass Psychotherapeutin eine empirische Wissenschaft ist. Und natürlich auf Studien... Aber wo hast du schon mal studiert? In Halle. In Halle an der Saale. Ah, okay. Genau, ich bin damals übers Losverfahren reingegangen. Und das war dann Ende September, kriegte ich dann einen Brief von, sie haben einen Studiumplatz in Halle an der Saale. Es geht nächste Woche los. Und ich musste erst mal googeln, wo Halle an der Saale ist. Und dann bin ich innerhalb von der Woche umgezogen. Hast du da nicht laut Scheiße geschrieben? Ich glaube, ich hatte gar keine Zeit, mir erst mal Gedanken zu machen. Also es war so, ich habe da jetzt einen Platz. Ich will da hin. Ich will das machen. Fuck. Ich brauche eine Wohnung. Wo ist das überhaupt? Und es kam sehr unerwartend in die Ecke. Und rückblickend war es aber, ich glaube, eine der schönsten Dinge, die mir hätte passieren können, weil ich habe dann sieben Jahre lang in Halle gelebt. Und der Lebensgefährte, der mit nach Nürnberg gegangen ist, war dann gar nicht mehr da oder ist mit nach Halle gegangen? Nee, der hatte damals ein duales Studium in Nürnberg. Der ist dann da geblieben. Und wir waren dann noch anderthalb Jahre zusammen. Also meine ersten anderthalb Jahre waren sehr viel geprägt von, ich bin unter der Woche in Halle und am Wochenende in Nürnberg. Und viel hin und her gefahren. Und nach anderthalb Jahren haben wir uns dann getrennt. Und dann fing so meine Zeit in Halle an, dass ich wirklich da angekommen, meinen Lebensmittelpunkt hatte. Und dann auch da geblieben bin nach dem Studium. Genau. Und da eine sehr prägende Zeit hatte und auch meine Zwanziger da verbracht habe. Ich war mal zweimal in Halle, muss ich mir sagen. Einmal habe ich da ein Science Slam gemacht. Habe aber nichts gesehen, außer der Halle, in der die Halle war. Also die Halle, in der der Science Slam war. Und ich glaube, abends war dann noch, genau, da war irgendwie nach der offenen Hochschule oder so. Oder Hochschule oder sowas. Und dann waren wir abends halt noch in so einer Art Schlösschen, sage ich jetzt mal. Also altes Herrenhaus. Also irgendwie sowas. Und dann war ich aber auch schlafen. Und war dann direkt wieder im Zug. Also das habe ich nichts gesehen. Und dann ein guter Freund. Und dann, ja, ich würde schon sein guter Freund. Ich hoffe, du siehst das aus. So mir kurz, solltest du das sehen. Der war an dem Museum da in Nebra. Der ist halt Archiburg. Und da hat er mir und zwei Freunden eine Privatführung zukommen lassen. Das war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber das sind alles, was ich an Halle, an eigenen Eindrücken habe. War das denn, ich habe nie so unbedingt das, also es gibt so zwei Sachen oder drei Sachen, denen ich mich in Deutschland schwer tue. Berlin, das ländliche, große Teile Ostdeutschlands. Und Hannover. Hannover, von den schlimmen Städten kommt Hannover nach Berlin. Aber wie ist das denn so in Halle? Ja, da bin ich ja echt die perfekte Gesprächspartnerin für drei Punkte. Du warst dort in den Jahren da. Stimmt, du erfüllst alles. Ich erfülle alles. Bis jetzt finde ich dich nett. Mensch, Ausnahmestätigen hier regeln. Wie fand ich das? Also ist das anders überhaupt? Oder ist es eigentlich völlig überbewertet, dieser Ost-West-Unterschied, den man so macht? Ich glaube, er ist nicht unterbewertet. Ich glaube, es gibt den Unterschied zwischen Ost und West. Ich glaube, jemand, der 20, 30, 40 Jahre älter ist als ich, würde da nochmal ganz anders tun oder das anders wahrnehmen als ich. Ich meine, ich bin im Westen aufgewachsen, auf dem Norden. Ich fand es sehr cool. Ich meine, meine Stadt, aus der ich kam, war irgendwie Frankfurt. Frankfurt ist auch eine sehr schicke Stadt, würde ich es nennen. Und mir hat immer sehr gut gefallen in Halle, dass ich mehr das Gefühl hatte, die Menschen können mehr sein, wie sie wollen. Also auch können sich irgendwie freier kleiden, freier sein. Und das war irgendwie alles so ein bisschen, also hat mir ein größeres Gefühl von Freiheit gegeben. Und das mochte ich immer sehr in Halle. Das mag ich bis heute. Und dann hast du da bis zum Master durchstudiert? Ich habe nur einen Bachelor gemacht, tatsächlich. Ich habe meinen Bachelor gemacht in Halle und hatte dann so eine kleine Lebenskrise. Ich war auch sehr erschöpft nach einem Bachelor, es war dann ganz sehr anstrengend. Und ich hatte dann tatsächlich einen Masterplatz in Berlin und war da eingeschrieben und habe mich dann nochmal für ein Jahr Pause entschieden und die habe ich mir dann auch genommen. Und dann kam Corona und dann habe ich versucht, online anzufangen, dieses Studium zu machen. Und mein ganzer Körper und mein ganzes Sein hat irgendwie geschrien, es nicht zu machen. Und ich glaube, es war rückblickend, war es die richtige Entscheidung. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht zur psychologischen Beraterin. Und ja, also ist eine Entscheidung, über die ich heute auch manchmal noch nachdenke, ob sie richtig war oder nicht. Ich glaube, ich bin auch in einer Welt, wo in einem Umfeld aufgewachsen, wo Leistung viel wert war und Zertifikate und Abschlüsse. Genau, aber irgendwie hat sie es dann nicht mehr richtig angefühlt, das zu machen und auch nicht den Aufwand reinzustecken, den es braucht. Worüber war deine Bachelorarbeit? Ich habe die in der allgemeinen Psychologie gemacht und es ging um Multitaskingfähigkeit und zwar der Unterschied der Multitaskingfähigkeit von jüngeren zu erwachsenen Menschen. Also Wagenimmungspsychologie oder Bio? Ne, das war eigentlich in der allgemeinen Psychologie. Aber in welchem Lehrstuhl? Allgemeine Psychologie. Ah, okay, wir hatten keinen Lehrstuhl. Ja, ne, das war allgemeine Psychologie. Und zwar allgemeine halt dann, ja, halt aufgeteilt in die einzelnen, die dann reingeflossen sind, weißt du, sondern das sind Bio-Psychologen, die Wahrnehmungs-Kognitionspsychologen, aber es gab jetzt keinen Lehrstuhl allgemeine, wir hatten allgemeine Eins und allgemeine Zwei. Genau, hatten wir auch. Und das waren dann verschiedene Lehrstühle. Ne, also bei uns war das der eine allgemeine, ich war damals auch, da auch mein Hiwi-Job habe ich da gesagt, da gab es aber auch dann Wahrnehmungspsychologie, Kognitionspsychologie, das war alles da so mit drin. Genau, ja. Aber du bist wie alt? Ich werde 30. Du wirst 30? Ich werde 30, ja. Oder hast du jetzt, also ich meine, du hast ja noch jede Menge Zeit vielleicht auch noch den Master zu machen, was ist für dich so? Ne, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das vielleicht irgendwann auch nochmal passiert. Und deshalb, da hast du voll recht, muss ich mir da heute vielleicht auch gar nicht so Sorgen oder Gedanken drüber machen, weil das, wie gesagt, kann man ja auch immer nochmal machen. Du bist die zweite 30-Jährige, die ich in den letzten Monaten kennengelernt habe, von der ich das Gefühl habe, sie würde gerne an einem anderen Punkt für sich stehen, was so Klarheit angeht. Wie meinst du, was das Geld angeht? Ja, so irgendwie jetzt, jetzt habe ich den Plan halt für mein Berufsleben. Das hatte ich nicht. Okay. Also ich habe mein Diplom 2004 gemacht, da war ich 25 und ja, ich habe dann, boah, lass mich nicht lügen, bestimmt vier, fünf Jahre eigentlich von befristeten Vertrag zum befristeten Vertrag gemacht und habe mich ehrlich gesagt nie gefragt, ist das jetzt der Plan? Mhm. Sondern ich habe einfach gemacht. Voll gut. Weiß ich nicht, anders. Anders. Das Gute ist so. Aber vielleicht stressfrei, ja. Du weißt ja. Nee, ich habe mal. Okay. Dann bin ich nicht der Fühn für Schwach. Oder das Freie. Nee, aber ich weiß, dass auch viele damals so irgendwie sagten so, ja und ne, du hast ja nie einen Festvertrag und blau und ne, was machst du denn, wenn nicht und so. Und ich habe, ich bringe Leistung, ich mache meinen Job gut, ich werde immer was finden. Und ja, spannend. Glaubst du, dass es jetzt so ein Ding ist, so deiner Generation, dass ihr gerne einerseits halt nicht so leistungsbetont sein wollt, aber eigentlich schon so den Weg haben wollt? Oder überinterpretiere ich jetzt aus einer Gruppe von N gleich zwei? Das ist auf jeden Fall eine sehr kleine Stichprobe, ne? Och, dass ein Ding unserer Generation ist, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ein Ding meiner Generation ist es auf jeden Fall zu sagen, wir wollen nicht mehr 9-to-5-Jobs machen und wir wollen, dass sich da irgendwas ändert. Und ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, auch wie man dann aufgewachsen ist, was die Eltern einem mitgegeben haben und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass meine Eltern so einen sehr gravienigen Weg gegangen sind. Die haben irgendwie ihre Abschlüsse gemacht und haben dann ihre Ausbildungen gemacht und arbeiten seitdem in denselben Berufen. Und ich glaube, ich… So rollenmodellmäßig, dankbar. Ja, aber einfach so, also weiß ich nicht, das war vielleicht auch die Generation meiner Eltern, die dann, da hat man sich halt ausgesucht, man macht jetzt den, den oder die Ausbildung und dann macht man das halt. Und ich glaube, ich bin voll happy mit meinem Weg, der irgendwie doch so ein bisschen auch nicht ganz so grad wenig ist, sondern, weiß ich nicht, spannend, so wie er halt ist. Und ich glaube, für mich ist es das, dass es halt nicht dieses, dieses eine, dieser eine festgefahrene Weg ist. Und ich weiß nicht, wie es anderen aus meiner Generation gibt, aber also… Vielleicht ist dieses Ding, was du sagst mit Elterngeneration, die halt einen gradjenigen Weg hatte, weil das hatte ich halt nicht bei meinen Elfern. Also mein Vater, meine Mutter sind beide halt in Polen oder Schlesien, wie auch immer man möchte jetzt, aufgewachsen so und sind dann halt hierher, zuerst mein Vater als Schlesier halt und dann meine Mutter nachzukommen als Polin und die haben beide keinen geraden Weg. Die haben zwar lange und arbeiten immer noch teilweise als Dolmetscher-Übersetzer, aber haben zwischendrin auch, weil man Geld brauchte, auch andere Sachen gemacht. Also ich erinnere mich, als ich Kröte war, hat meine Mama eine Mode-Boutique gemacht. Ja. So gehabt, glaube ich, gehabt, was sie da gehabt hat. Ich weiß es gar nicht. So insofern, so dieses, okay, mein Opa, ja, der war immer auf Zeche Steiger, aber so die anderen haben halt nie bei mir in der Familie auch nicht so dieses, man ist irgendwie an einem Ort über Generationen. Das gab es bei mir in der Familie halt auch nicht. nicht, aber wir wollen ja über dich reden. Ich hole mir noch einen Kaffee eben. Ja, mach mal. Ich kann dir auch einen entschenken. Ja, ich will dich jetzt hier nicht so, du bist ja mein Gast. Das ist voll okay. Okay. Dann hätte ich dir ja noch einen Kaffee, bitte. Sehr, sehr gerne. Super. Vielen lieben Dank. Genau, wir wollen ja gar nicht hier über mich so viel reden. Psychologische Beraterin. Ja. Der ein oder andere Zuschauer hier wird hoffentlich aus anderen Sachen, die ich gemacht habe, wissen, was ein Diplompsychologe, was ein Master, was ein Psychotherapeut ist, aber was ist ein psychologischer Berater? Ich befürchte, dass ich irgendwo schon mal gesagt habe, psychologischer Berater kann sich jeder nennen, das ist nichts wert. Aber ich hätte dich ja nicht eingeladen, wenn ich das nicht jetzt mal anders dargestellt bekommen möchte. Also prinzipiell hast du natürlich mit der Aussage total recht. Ich weiß. Also komisch, psychologische Beraterin darf sich jeder nennen, kann auch jeder diese Ausbildung machen. Genau, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht dahinter stehe, was ich auch mache und auch, genau, mir das sehr wichtig ist, das auch alles von dir zu halten und ich auch froh bin, den Bachelor gemacht zu haben. Genau, und was ist der Unterschied, also ich mache gerne den Unterschied auf, auch zu einer Therapieform und Beratung bedeutet, also ich würde erstmal sagen, was es nicht bedeutet, nämlich es bedeutet nicht, psychische Erkrankungen zu heilen. Also ich darf nicht heilen. Und das ist auch nicht das Ziel von einer Beratung, sondern Menschen kommen zu mir mit einem Anliegen und wir finden gemeinsam einen Weg, zu einem Ziel zu kommen, dieses Anliegen zu lösen. Genau. Aber bevor du mir deine Tätigkeit beschreibst, du sagtest ja, du hast diese Ausbildung gemacht, wie lief die denn ab und bei wem und erzähl mal, was macht, also wie wir gesagt haben gerade, das ist kein beschützter Begriff, aber du hast ja was gemacht, was einem gewissen Curriculum dann folgt und genau, das finde ich spannend, erzähl mal. Ich habe das damals über eine Fernschule gemacht, über die SGD und ich habe voll für mich herausgefunden, dass das ein Format ist, was mir sehr gut gefallen hat. Also es lief viel mit, man hat Arbeitsmaterial zugeschickt bekommen und musste, also auch man hatte Zugang zu einer Online-Bibliothek, wo man sich auch dann, also man musste erstmal viel selbstständig durcharbeiten und die Nachweise hat man aber erbracht, dass man immer nach sozusagen zwei Heften, die man dann abgeschlossen hat, musste man eine Einsenderaufgabe einschicken. Also wie im Endeffekt zu Hause eine Hausarbeit schreiben, beziehungsweise Fragen beantworten, und davon gab es dann insgesamt acht oder neun Stück, die wurden benotet, bewertet und danach musste man dann noch an einem fünftägigen Vor-Ort-Seminar teilnehmen, wo eben viele der Technikeninterventionen einfach nochmal einem gezeigt wurden und man viele Gruppenarbeit auch gemacht hat. Und das war bei euch in Berlin dann diese Präsenzsache? Ne, also die Schule ist auch ansässig in Darmstadt, in Hessen und das Seminar konnte man dann in verschiedenen Städten machen und das war bei mir, ich habe das in Bayern so gemacht, Nähe von München, lass mich hin, irgendwo auch auf dem Dorf. Ja, das war sehr cool. Ich mag so Seminare, die man auch mit anderen Menschen, die so sehr am psychologischen Bereich interessiert sind, macht. Das mag ich auch. Aber auf dem Dorf hätte ich mich schon wieder gestört, glaube ich. Also ich fand das klasse, weil ich finde die immer sehr intensiv. Genau, so ein bisschen raus sein für Seminare. Wir haben das früher bei uns im Institut auch gemacht, da sind wir in Essen, da gibt es das sogenannte Linux-Hotel, das ist halt auch relativ abseits an der Ruhe und dadurch hast du dann auch bis auf nächstes Wortspiel Ruhe an der Ruhe und das war wirklich, das war gut, weil dann konntest du halt auch einfach mal rausgehen, so ein bisschen spazieren, Gedanken nochmal fassen und das ist dann aber komplett kostenpflichtig wahrscheinlich gewesen. Und genau, du sagtest ja gerade schon, du bist dann Kalätherapeutin, du kannst nicht zu den Heilberufen, darfst nicht heilen, kannst nicht heilen oder darfst zumindest nicht heilen. Und was darfst du denn, was machst du denn? Also wann kommt jemand zu dir? Kommt jemand zu dir, weil er sagt, boah, meine Frau hat mich verlassen und ich bin depressiv wahrscheinlich nicht, weil dann darfst du ihn ja nicht heilen, wenn er sagt, ich bin depressiv, können sie mich therapieren. Machen wir konkret, wie kommen Leute zu dir und was geht bei denen? Also das ist natürlich, das muss man einfach sagen, man oder ich bewege mich oder mit Beratung bewegt man sich natürlich auch in der Grauzone im Sinne von, es kommen nicht nur Menschen zu mir, die frei sind von jeglichen psychologischen Erkrankungen oder Leiden. Aber das Hauptziel ist nicht, oder ich darf nicht sagen, hey, kommt her, ich heile euch von eurer Krankheit. Und trotzdem können ja auch Menschen zu mir kommen, die sagen, hey, ich habe eine diagnostizierte Depression, finde aber gerade zum Beispiel keinen Therapieplatz, können wir diese Zeit bis dahin überbrücken. Und es gibt ja trotzdem Tipps, Hilfestellungen, die ich meinen Klienten mitgeben kann. Wie sind die Wartezeiten bei euch in Berlin? Bei den Therapieplätzen, Katastrophe. Heißt ungefähr? Es gibt also, ich habe letztens mit einem Bekannten darüber gesprochen, der hat erzählt, dass er auch irgendeinen Kumpel hat, der gerade sucht und viele schreiben nicht mehr mehr auf die Warteliste. Also es ist wirklich Ausnahmezustände. Krassischer, weil hier wartest du ungefähr so ein halbes Jahr, würde ich sagen. Ja. Ja, doch, ein halbes Jahr, dann hast du eigentlich einen Therapieplatz. Klar, ab und zu kommst, gibt es, wie überall, mal schneller, mal weniger schnell, aber noch nicht mal auf die Liste schreiben, das ist natürlich hart. Genau. Und also, ich sage dir ehrlich, das ist auch ein bisschen mein Anliegen an dem, was ich mache, zu sagen, hey, das ist ein Missstand und das ist eine Katastrophe, dass Menschen, denen es ja anscheinend schon richtig, richtig schlecht geht, sonst würden sie sich ja nicht darum kümmern, dass die dann irgendwie nochmal an ihr erwarten müssen, bis überhaupt was passiert und dahin richtig auch mein Angebot zu sagen, hey, ich mache vielleicht keine Therapie mit euch, aber ich kann euch trotzdem unterstützen, in der Zeit nicht vollkommen an den Boden unter den Füßen zu verlieren. Wie oft kommen die dann zu dir? Also es ist auch wöchentlich, 14-tägig oder nach Bedarf oder wie machst du das? Genau, nach Bedarf. Also das ist ja auch das Schöne an psychologischer Beratung, dass es sehr individuell ist und dass man gemeinsam auch gucken kann, wie hoch ist der Bedarf. Es ist auch sehr flexibel möglich und man das einfach gemeinsam besprechen kann und das auch rausfinden kann. Genau. Und? Worüber wir Psychologen ja immer wenig reden, ist ja Geld, ne? Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Naja, es kommt natürlich, also das Angebot, was ich mache, ist natürlich an Selbstzahler in mir richtet und es kommt natürlich auch darauf an, was sich der Mensch auch leisten kann. Schwanken deine Kurse nach dem, was die Leute mitbringen? Also ich habe einen festen Preis. Wo liegt man, kannst du sagen? Ist das komplexe fragbar? Genau. Oder was rufst du auf? Also ich nehme in der Stunde 70 Euro. Okay. Genau. Und anderthalb Stunden sind dann, lass mich lügen, 120 Euro. Genau. Und das ist für... Ist ja weniger als eine... Klar, ist weniger als ein Psychotherapeut. Ich glaube, der Psychotherapeutensatz, die liegt bei... 120 Euro. Pro Stunde oder pro 45 Minuten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, pro 45 Minuten. Ja, wie sowas. Ja, und ich, also ich, ich biete ja auch keine Therapie an. Andererseits ist der Preis auch niedriger. Und trotzdem ist es natürlich auch eine Abwägungssache von, was, was nehme ich? Also einerseits ist es mein Job, ich muss mich ernähren. Andererseits bedeutet das ja aber auch, dass ich also auch Menschen ausschließe. Generell dadurch, dass es nicht übernommen werden kann. Genau. Dann fällt dir das schwer, weil ich hätte da kein Thema mit. Also ich hätte... Anders, das hört sich immer so hart an, aber das ist ja die Realität. Für mich klar ist es so. Und es gibt ja auch genug Leute mit Geld, die Probleme haben. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt aber auch so viele Menschen, die den Zugang dazu nicht haben. Und das finde ich manchmal sehr traurig, weil das ist ja auch die Realität der Welt, in der wir leben. Und ich meine, ich werde es nicht ändern und auch nicht alle retten können. Aber ich glaube, ein Bewusstsein dafür zu haben, ist mir auf jeden Fall wichtig. Aber ja, es ist... Wobei ja die Möglichkeit, ich sehe das ja bei uns, für Spendungen hier und da auch. Und ab und zu mache ich auch Sachen für Leute, die ich halt kenne. Oder die über Leute kommen, die ich kenne. Aber das kannst du dir dann für Oma halt. Aber das kannst du dir halt nur dann erlauben, wenn du über den Rest halt genug Cola reingespielt hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, ich glaube, wenn ich einen Klienten oder eine Klientin hätte, die sagen würde, hey, Nora, so und so, würde man bestimmt auch eine andere Lösung finden oder irgendwie. Aber von vornherein ist das erstmal ein fester Satz. Und genau. Hast du schon Wartelisten? Nein, ich habe keine Wartelisten. Das heißt, du bist noch gut buchbar. Nennst du dir eigentlich Klienten, Kunden, Patienten? Wie nennst du deine... Klienten und Klientin. Patienten ist wieder der... Also es ist übrigens bei Heilung, Krankheit und Klientin, ja. Genau. Und wie ist das denn bei den Sachen... Also wie ist das denn bei Psychosen, bei Schizophrenien, bei Suizidalität? Bist du damit auch konfrontiert oder sind das gar nicht erst die Leute, die bei mir aufschlagen? Also es sind nicht die Leute, die bei mir aufschlagen. Und ich glaube, wenn ich sie am Telefon hätte, ist mir das auch wichtig, das ganz klar zu sagen, dass ich da nicht die richtige Ansprechpartnerin bin und dass ich da auch nicht helfen kann. Weil ich das nicht kann und auch nicht darf und das auch total wichtig finde, dass dann da auch Fachkräfte, die dafür ausgelegt sind, da auch irgendwie dann gerufen werden. Aber bist du auch irgendwie mit, weiß ich nicht, Neurologen zusammen oder kannst du die empfehlen? Weil ich meine, gerade irgendwie bei Depressionen oder so ist es ja eigentlich auch ganz sinnhaft, meiner Meinung nach möglichst schnell auch eine Medikation vielleicht hinzukriegen. Also das ist auf jeden Fall, sind das Pläne für die Zukunft. Ich bin, wie gesagt, ja gerade auch noch relativ weit am Anfang. Ja. Deshalb, das wächst ja auch gerade alles. Und genau, und das ist aber, dieses Netzwerk ist ja für mich auch als Beraterin unglaublich wichtig. Eine Beratung heißt ja auch, hey, ich kann dich vielleicht nicht heilen von deiner Erkrankung, aber komm, wir können gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Wo bekommst du deine Medikation her? Willst du das, willst du das nicht? Man kann auch zusammen gucken, hey, vielleicht finden wir zusammen einen Therapieplatz. Also das sind ja auch alles Möglichkeiten in der Beratung. Und da ist ja auch ein ganzheitliches, also mir ist ein ganzheitlicher Blick auch auf die Themen super wichtig. Apropos Themen, Überleitung, der Sache, die ich auf deiner Homepage gesehen habe, die wir auch hier unten, jetzt mache ich das auch schon, diese Geste hier unten, Freunde, in der Video beschreiben für den Link zu Noras Seite. Da habe ich aber auf jeden Fall gesehen, Messi. Messi, ja. Nicht Lionel Messi. Ja, merkst du, schlechte Wortspieler ist heute mein Tag. Das kannst du wirklich gut. Oder schlecht. Irgendwas kann jeder. Ja, finde ich total spannend. Erzähl mal, was hat es mit diesem Messi-Syndrom auf sich und warum steht das auf deiner Homepage? Was ist da deine Geschichte? Da steht auf meiner Seite, weil das mein letzter Job war, den ich hatte in Berlin. Also ich habe, jetzt komme ich wieder zur Überleitung, wie komme ich von Halle nach Berlin? Das hast du ja vorhin auch gefragt. Und ich wollte einfach in diese Stadt ziehen, weshalb auch immer. Ich wollte mir das mal angucken und war dann eben auf der Suche nach einem Job im psychologischen Bereich. Und bin dann auf dieses Jobangebot gestoßen von, hey, wir suchen helfende Personen aus dem psychologischen Bereich, die mit Messies arbeiten. Okay. Und die, was weiß ich, Menschen da unterstützen, Ordnung zu halten. Und das hörte sich alles interessant, entspannt an. Also auch mit Vor-Ort-Terminen und was weiß ich, Flexibilität. Ja, du bist da schon mit Messies eigentlich nicht so gut. Das war auch im Studium nicht so ein Thema. Weißen, das ist bei dir damals. Also wir hätten mal zwanghaftes Worten, aber nur als einer der Zwangsstörungen. Genau. Also ich habe ja eh klinische, ja, ich habe die klinische Prüfung gemacht. Aber da habe ich ehrlich gesagt zu der Zeit einfach stumpf. Auswendig. Ja, genau. Messie gab es am ersten, das ist dann doch 20 Jahre her, gab es als Begrifflichkeit nicht. Genau, aber ist auch noch ein recht frischer Begriff. Ja, die ja auch mal eine Betroffene, glaube ich, irgendwann mal selbst ins Spiel gebracht hat. Okay. Genau, und dann war ich auf einmal Messie-Helferin und hatte eine außergewöhnliche Zeit. Was heißt, du bist dann in die Bude rein? Ich meine, ich war in meinem Leben, glaube ich, in zwei oder drei Messie-Bude. Was hast du da gemacht? Ja, das wusste ich selbst manchmal nicht so ganz genau, weil… Wer war da Träger oder über wen hieß das? Also das war ein Verein, bei dem ich gearbeitet habe und die meisten, also man konnte sich diese Messie-Hilfe als Getroffene oder Betroffene über das, über den Teilhabe-Fachdienst finanzieren lassen. Ist das beim Jobcenter bei euch da in Berlin angegriffen? Nee, das ist an den SPD, also der Psychiatrische Dienstung beim Gesundheitsamt in Weißensee. Das ist irgendwie, genau, also man kann sich das finanzieren lassen. Und ja, wie läuft das? Man hat dann sozusagen ein Kontingent in der Woche, zum Beispiel wird einem dann genehmigt, dass man zwei Stunden in der Woche oder zweimal zwei Stunden eben Hilfe bekommt. Und dann wenden die Menschen sich an den Träger und dann wird man da hingeschickt. Und dann, also ich habe dann sozusagen Klienten, Klientinnen bekommen und habe dann einen Termin mit denen ausgemacht. Viele von denen waren schon im Prozess, waren einfach eine neue Helferin, die da hingekommen ist, weil Menschen aufgehört haben oder wie auch immer. Und manche haben dann auch ganz neu angefangen. Also im Prinzip sowas wie Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz aus dem SGB VIII, also so eine Art Familienhilfe, wenn man so möchte. Nur halt nicht über das SGB VIII, sondern, da kenne ich mich nicht aus, welches wird ja auch im Sozialgesetzbuch gewesen sein. Und jetzt wird ja der Einfache im positiven Sinne, also jemand, der sich damit noch nie beschäftigt hat, sagen, ja, wo ist denn das Problem? Man räumt einmal die Bude aus und dann ist doch gut. So what? Ist das so? Es wäre super schön, wenn es mehr, aber ich glaube, ein depressiver Mensch kann ja auch nicht einfach aufstehen und einfach mal wieder schwierig sein. Ja, den muss man sagen, jetzt einfach, den musst du sagen, sei wieder gut drauf. Genau. Sieh, es geht anderen schlechter. Genau. Und in Messi sagt man dann, holen die Bude auf. Fang doch einfach mal an. So. Ja. Okay, wie macht man es wirklich? Also. Ist es lösbar? Das habe ich mich oft gefragt. Das frage ich mich auch und ich kann dir die Frage nicht beantworten. Also ich glaube, Hilfe kann funktionieren. Für mich ist es ein unglaublich komplexes Syndrom. Mir würde es unglaublich schwer fallen, dir jetzt eine genaue Beschreibung davon zu geben, was ist ein Messi. Ich habe super viele unterschiedliche Wohnungen gesehen, unterschiedliche Problematiken. Viele haben eine Wertbeimessungsstörung. Die können nicht unterscheiden. Also wenn ich Müll sehe, was für mich Müll ist, kann ich sagen, das kann weg. Also weiß ich nicht, eine Zeitung, die eine Woche alt ist, kann für mich weg. Brauche ich nicht mehr. Ein Messi mit einer, also Wertbeimessungsstörung heißt, du kannst den Wert nicht richtig beimessen. Also richtig. Das ist schon richtig falsch. Aber das führt dazu, dass man sich schlecht trägt. Du hast natürlich recht, Bert, das war was individuell unterschiedlich ist. Aber ich finde bei solchen Sachen, egal wie man so tut, hier für jeden anders, aber ich finde die Außenbereiche relativ klar. Also ein Ehering wird eine größere Bedeutung haben im Allgemeinen als die Schale an Avocado. Genau. Und ich finde klar, natürlich mag es auch die eine Avocadoschale geben, die die letzte ist, die der Partner gegessen hat und heute an den Hirnschlagkorn kriegte. Aber im Allgemeinen, deswegen finde ich, ja klar, immer individuell unterschiedlich. Aber im Allgemeinen gibt es ja schon so Normen. Gibt es schon Normen, wo man sich darauf eindenken kann. Genau. Und ich glaube, man kann gemeinsam daran arbeiten, dass sich Dinge verbessern und dass Menschen auch, die davon betroffen sind, lernen, sich mehr zu trennen. Oder auch, also ich fand es total spannend, ich hatte auch Klienten, die wussten gar nicht, wie hält man Ordnung oder was bedeutet es, Ordnung zu halten. Und das sind natürlich auch viele, die selbst in einem Messie-Haushalt groß geworden sind. Also ich weiß zum Beispiel, wie man Ordnung hält, weil das bei meinen Eltern, war das klar, Nudeln kommen zu den Nudeln. Oder, also, weißt du, was ich meine? Ja, so eine Migrationslehreinheit. Genau, genau. Und viel musste man halt auch erstmal beibringen, was heißt es denn überhaupt, Dinge zu ordnen. Da finde ich übrigens spannend, den Aspekt, ich habe jetzt einen Fall abgeschlossen, wo die, in dem die Mutter eben auch ein Problem mit Ordnung hat, Ordnung, nicht Sauberkeit, mit Ordnung. Und die berichtet halt, dass sie früher in ihrer Kindheit es halt auch schon so war, dass die Wohnung bei ihrer Mama total unordentlich, im Übelsten war. Und, ne, wenn man sie dann fragt, wie fanden sie das, sagt die Scheiße. Und ich finde ganz spannend, weil, also diesen Aspekt, weil viele, denen ich das so und so erzähle, sagen, ja, aber wenn Leute ja wissen, was bei ihnen zu Hause früher Scheiße war, dann können die doch das, warum machen die das denn? Denn so dieses, naja, du musst, also zu wissen, dass ein Muster Scheiße ist, schafft ja kein anderes Muster, ne? Das heißt, meines Erachtens musst du erst ein anderes Muster erlernen und verinnerlichen, bevor du das alte Muster ablegen kannst, selbst wenn du weißt, dass es halt Scheiße ist. Ja, und ich glaube, du musst auch die Erfahrung erstmal machen. Also ich hatte ein Abschlussgespräch, bevor ich aufgehört habe, mit einer Klientin und ich frage dann immer, hey, was nimmst du mit aus unserer Zeit? Und die, also sie meinte dann, ähm, es ist doch da nicht so schlimm war, sich zu trennen. Also im Sinne von, sie hatte total Angst, ähm, Dinge auch wegzugeben, wegzuschmeißen, abzugeben und sie, sie dachte, das wäre was ganz, ganz Furchtbares. Und als sie dann erlebt hat in diesem Prozess von, hey, ähm, ist ja sogar eigentlich ein schönes Gefühl, auf einmal wieder mehr Platz zu haben. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, diese Erfahrung zu machen, dass, ähm, dass eigentlich auch was Befreiendes sein kann und was Schönes sein kann. Aber das braucht Zeit und es braucht Geduld und es braucht vor allem empathische Helfende, die eben nicht sagen, das kann weg oder schmeiß das doch mal weg. Oder die vielleicht einfach auch Sachen mitnehmen und wegschmeißen und es passiert alles. Und ich glaube, diese Übergriffs, ähm, oder dieses übergriffige Verhalten und diese Erlebnisse kennen eben auch die Betroffenen schon aus der Kindheit. Und das, ähm, ja, macht es dann auch schwieriger. Das Klischee sagt, das sind Menschen aus unteren sozioökonomischen Schichten. Stimmt das Klischee? Nee, das stimmt nicht. Gar nicht, gar nicht. Das ist also in allen, ähm, Schichten vertreten. Mhm. Und, ähm, auch spannenderweise sind Menschen, die im Außen, im Alltag oftmals sehr gut funktionieren, sehr perfektionistisch sind. Ach, guck mal, da habe ich auch ein Klischee im Kopf gehabt. Ah, okay, das... Denen man das auf den ersten Blick nicht ansehen würde, die sehr gepflegt sind, ähm, also nicht alle, ne, aber die gibt's auch noch. Und die auch, ähm, weiß ich nicht, Ärztinnen sind, Rechtsanwältinnen, also alles, alles Mögliche, ja. Und das hat damit nichts... Das ist spannend. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, kamen halt schon eher aus unteren sozioökonomischen Schichten. Andererseits, da fällt es halt auch auf. Eben. In meinen Fällen, ne, ich kümmere mich ja so, äh, ganz viel um so Kindeswohl und Gemümswachen, ne, und, klar, also wenn du jetzt ein Haus hast, über drei Etagen, hast du schlicht auch mehr Platz als bei einer 40 Quadratmeter Wohnung, ne? Ja. Mhm. Wird das mehr? Ähm, hab ich keine Statistik zu, aber es ist, ich, keine Ahnung, kann sein, dass es mehr wird. Ist eine spannende Frage, aber vielleicht wird sichtbarer, das könnte ich mir vorstellen. Ähm. Oder wird die Toleranz auch geringer? Also weißt du, wenn du früher halt, wenn du sagst, ansonsten funktionieren die halt normal im Leben, war es vielleicht so, er ist halt so ein bisschen exzentrisch, der kriegt das nicht hin, blablub, aber passt schon. Und heute war ich, weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich hab eine ehemalige Arbeitskollegin, die, ähm, hat sich selbstständig gemacht, als Messie-Therapeutin in Berlin. Ähm, und sie hat so ein bisschen die Vermutung, ähm, dass wenn sozusagen die ganzen Babyboomer-Generationen irgendwann aussterben, die ja auch viel materielle Sachen hinterlassen. Und sie hat so ein bisschen die Vermutung, dass es dann vielleicht wieder ein bisschen mehr werden oder noch mehr werden könnte. Weil meine Generation nicht hinkriegt, die Klamotten unserer Eltern wegzuschmeißen. Weiß ich nicht, weil das das dann vielleicht noch ein bisschen begünstigt, äh, wenn man viele Hinterlassenschaften hat. Was macht man dann mit? Wir hatten das dann, wo mein Opa gestorben ist. Ähm, der hat unfassbar viel gesammelt und, wie ich fand, auch gehortet allerdings draußen. Und hat dann, wir haben großflächig wirklich ganz, ganz großflächig weggeschmissen. Ja, also am krassesten fand ich das bei Fotos. Wir hatten bestimmt so, von diesen Umzugskartons, ne? Ja, hatten wir bestimmt zwei allein voll mit Fotos. Ja, so ein Sinn. Von Leuten, von denen wir keine Ahnung hatten, wer das ist. Und deswegen überlege ich gerade so. Und dann war auch kurz der Gedankengang, ja, sollen wir das aufbewahren? Und ich weiß noch, dass wir uns sehr schnell einig waren, mein Vater, mein Onkel und ich, dass wir gesagt haben, wir kennen diese Menschen. Und wir werden sie auch in 20 Jahren nicht mehr kennen, weil da steht auch nicht drauf, wer das war. Wozu soll ich Fotos von jemandem aufgewahren, den ich nicht kenne? Genau, und jetzt stellen wir mal vor, ihr hättet vielleicht alle diese Neigungen gehabt, dann wäre es auf jeden Fall schwierig geworden. Ja. Ja. Ja, ja, klar. Und, ja, verstehe ich. Ich hab ja hier zum Beispiel das hier, völlig ungeplant steht der hier. Das ist, ich hab, mein Opa hatte jede Menge von diesen Zinnbechern, bevor Moskau Murel ein Hit getränkt wurde. Das, die hast du ja, kriegst früher auf dem Püt, also hier auf der Zeche. Und das ist so eine davon gewesen. Und ich hab eben den und noch einen mir gesichert aus seinem Anlass und noch ein, zwei andere Bärbausachen. Ähm, ja. Und davon hatte der aber bestimmt ein Dutzend. Mhm. Und das war so ein Moment, wo du davor stehst und dir denkst, ja, ist ja schon irgendwie cool. Mhm. Aber wenn ich das jetzt anfange zu behalten, dann nehm ich auch die vier, fünf Grubenlampen, die drei Helme. Und dann hab ich auch mal meine ganze Garage voll. So, deswegen war so der Gedankengang, ja, ich guck halt, dass ich so drei, vier Teilen hier mitnehme. Mhm. Und das hab ich, die beiden Becher. Dann hab ich noch so eine Bergarbeiterstatue. Mhm. Es gibt ein Plakat von den Schachten, die hier zu der Zeche Lugenthal-Hart gehörten, wo man Opa halt gearbeitet hat. Und das war für mich immer so ein Ding, das hab ich seit Kindheit gesehen. Und es ist halt wirklich ein einfach Foto-Plakat aus den Mitte der 80er. Aber ich durfte es im Keller aufhängen. Ja, ja. So, wir haben jetzt ein Haus und haben noch einen Keller und dann durfte ich das hin. Und genau, ich glaub, das war es aber auch. Aber ja, klar, da hätte man horten können. Können. Und tatsächlich, jetzt ist mir auch aufgefallen, ich war auf so einer Vintage-Messe bei uns in Herne. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viel von dem, was wir weggeschmissen haben, wird für unverschimmte Preise da gehalten. Definitiv. Also Pimm-Nadeln und so weiter. Wir haben halt einfach alles weg. Aber ja, klar. Und wenn du dann noch vielleicht den Gedanken hast, aha, bewahre ich jetzt erstmal auf. Ja, ja. Und eben auch, und das haben eben auch viele von, damit könnte ich ja noch Geld verdienen. Ja, den Gedanken, den hatte ich auch. Den hatten wir alle. Und haben dann aber aufgrund der Masse gesagt, weg. Ja. Silberbesteck habe ich mir noch mitgenommen. Oh ja. Genau, das war mir wichtig, nicht wegen des Wertes, sondern weil ich irgendwie die Vorstellung damals cool fand, ein Silberbesteck zu haben. Weißt du so, ich habe das noch nie bemotzt. Ich weiß, wo es im Keller liegt. Für die ganz besonderen Anlässe dann. Ja, wahrscheinlich dann, wenn ich schwärbe zum Mann, da ich nicht mal ausdürfen, das würde man benutzen. Der Vater hat das nie benutzt und hat gesagt, wenn er mal tot ist, dann können wir das benutzen. Komm, wir mal essen. Ja, Nora, ich danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Sehr gerne und ich hoffe, dass du viel Erfolg hast. Und ja, dankeschön. Danke dir. Tschüss da draußen, solltet ihr uns jetzt sehen. Tschüssi. Und raus. Wunderbar. Ah. Na, wie war es? Sehr entspannt. Jetzt hätte ich uns ein...